Disclaimer, in diesem Video geht es mir nicht darum, Goans Auftritt im Turnier der Kraft hoch zu pushen oder irgendwas in Bezug auf Goans Performance zu rechtfertigen. Mir geht es nur darum, ungefähr die Situation von Goan im Turnier der Kraft zu schildern und euch einen kleinen Überblick dazu zu geben, was man hier wirklich betrachten sollte. Also, mit dem Satz von Folge 129 wurden alle Saiyajins gelobt. Alle haben ihr Limit gesprengt und damit sind die Memes wieder explodiert. Goan hat doch gar nicht sein Limit gebrochen, sein Auftritt war schlecht. Wer den Kanal oder mich kennt, der weiß, dass ich der absolute Goan-Fan bin und mich über ein Kombi im Turnier der Kraft unglaublich gefreut hätte. Goan war im Verlauf von ganz Dragon Ball super schwach, ein Schatten seiner selbst und um den Grund dafür zu erfahren, müssen wir den Charakter erstmal näher analysieren. Goan wuchs anders auf als Goku. Kampfkunst war nicht alles für ihn. Goan war anfangs kein Kämpfer und aufgrund der Umstände wurde er erst ein Kämpfer, wie ich oft erwähnt habe. Son Goku war von Anfang an durch seinen Vater, beziehungsweise durch Opa Goan, ein Kämpfer. Und bei Goan waren es mehr die Umstände, weil er die Leute halt beschützen wollte. Nicht wie bei Goku, denn Goku wollte immer nur seine eigenen Grenzen herausfordern. Für Son Goan war das nicht so wichtig. Das spielt auch noch ein bisschen mit rein, dass Son Goku ein Saiyajin ist und Son Goan ein Halb-Saiyajin ist. Goan wies aber das größte Potential auf und am Ende des Hellsaga war er auch der aller, aller stärkste. Die sieben Jahre Zeitspanne zwischen Cell und Buu-Saga, die wir nicht gesehen haben, ist hier auch sehr, sehr entscheidend. Son Goku war nicht da und damit hatte Son Goten keinen Vater. Son Goan übernahm teilweise diesen Posten. Deswegen hatten Goten und Goan auch so eine gute Beziehung. Ich glaube, jeder, der einen Bruder hat und keinen Vater hat, aus welchen Umständen auch immer, kann das ein bisschen nachvollziehen, was ich hier genau meine. Auch Goan wusste, dass er für seine Familie da sein muss und das spiegelt sich auch seinen frühen Erwachsenen-Dasein wieder. Goan hatte nicht trainiert und Goan entschied sich dazu, eine Familie zu führen und Karriere zu machen, um für diese Familie auch sorgen zu können. Und auch um für Pan da zu sein, konnte er nicht so ein Kämpfer wie Son Goku werden. Auch wenn Son Goan seinen Vater selbst als Held ansieht und er weiß, wie sehr Son Goku seine Familie liebt, wollte Son Goan einfach eine andere Art von Vater sein, der für seine Familie da ist und der sich auch um diese kümmern kann. Goku selbst ermöglichte Goan sogar diesen Weg, deswegen haben wir das hier nochmal von der Facette. Also, vom Grundverständnis sehen wir schon, dass Goan nicht für den Kampfsport an sich gekämpft hat, sondern nur um die zu beschützen, die ihm wichtig sind. Goku nahm ihn ja im Prinzip nach der Buu-Saga diese Last ab, weil er wieder da war, weil er wieder am Leben war und deswegen zielte sich Son Goan auch wieder komplett zurück. Nach dem Angriff von Freezer verstand Son Goan, dass er weiter trainieren muss und Goans Training hat begonnen. Wohlgemerkt, Son Goan trainiert seit Folge 27 mit Piccolo im Hintergrund, das haben wir nicht oft gesehen, aber das Training war nicht das effektivste, denn erst im Universal Survival Arc wurde das Training richtig stark wieder aufgenommen. Nun, ich komme erstmal zu dem, warum ich enttäuscht bin von dem Auftritt von Goan, bevor ich darauf eingehe, warum wir als Fans Son Goan auf gar keinen Fall so haten sollten und warum Son Goan doch seine Grenzen gebrochen hat, wie viel geht er gesagt hat. Aber, wie gesagt, erstmal zum Negativen. So, erstmal, der Anime hat sehr stark suggeriert, dass Son Goan zurückkommt und er viel stärker ist als zuvor. Was im Prinzip auch stimmt. Goan hat in der Folge 90 zu Son Goku gesagt, ich will das nächste Level auf meine ganz eigene Weise erreichen. Und hier ist die Interpretation dieses Satzes natürlich sehr, sehr wichtig. Aber der Satz ließ die Fanbase erstmal aufatmen, denn einfach vom reinen Prinzip her weiß man einfach, dass dieser Satz viel, viel mehr bedeuten kann. Das Realisieren, dass er seine Familie gegen Frieza nicht schützen konnte, das Training, das daraus resultierte, der Ansporn durch Future Trunks, das Training mit Piccolo, in dem Goan es schaffte, seine Arroganz loszuwerden, die sowohl gegen Cell als auch gegen Buu alles fast kaputt gemacht hätte und eben dieser Kampf gegen seinen Vater waren alles Hinweise darauf, dass Son Goan wirklich wieder Great Again werden könnte. Dass er wirklich wieder stark sein könnte und wirklich diesen Cell Goan widerspiegeln könnte, also der aus der Cell Saga. Darüber hinaus hatten wir als Fans eine Art Rückversicherung, denn sollte Goan nicht vom Stärketechnischen her stark werden können und zurückkommen könnte, könnte er immer noch wie sein Meister Piccolo durch Strategie und Teamwork glänzen. Goan wurde zum Anführer von Universum 7 und Goku sagte sehr, sehr, sehr stark aus, dass Goan entscheidend für den Sieg von Universum 7 wäre und Teamwork auch hier sehr, sehr wichtig sein würde. Im Manga sagte Piccolo sogar, dass sie ohne Goan das Turnier nicht gewinnen könnten. Er sagte zu Son Goku, glaubst du wirklich, wir können dieses Turnier ohne Son Goan gewinnen, was so ein bisschen suggeriert, dass man damals das Turnier gehabt hatte, nämlich die Cell Spiele und da konnte man auch nur mit Son Goan gewinnen. Das Setup, also der Aufbau für den Charakter war super. Die Bühne war vorbereitet, doch damit kommen wir zum Problem, nämlich zu dem, was wirklich passiert ist, der Anfang des Turniers der Kraft. Kommen wir erstmal zum Teamwork. Teamwork im Sinne vom Zusammenkämpfen und vom Techniken kombinieren war so gut wie gar kein Faktor im Turnier der Kraft, muss man einfach sagen. Man hatte Momente wie Vegeta und Goku, die sich abgewechselt haben, die zusammen gekämpft haben. C-17, der beispielsweise Goku und Vegeta schützt hat. Diese Art von Teamwork hat zum Beispiel funktioniert, auch mit Vegeta, der die Kraft gegeben hat, aber Teamwork im Sinne von, wie gesagt, Techniken kombinieren, zusammenkämpfen, war einfach kein Faktor in diesem Turnier. Man hatte im Kampf Goan und Piccolo gegen Saunel und Pirina, aber das war auch nicht wirklich ein krasser Fakt, weil es einfach nicht so ein starker Gegner war. Die waren stark, keine Frage, aber es war nicht so ein Jiren Topo Gegner. Also ich möchte nicht sagen, dass Goan gegen die kämpfen kann oder so, aber ihr wisst, was ich meine von der Gewichtung einfach, war das nicht so eine Art von Gegner. Denn deswegen ist auch die Kämpfer, die sofort die Gruppe verlassen haben, also Goku, Vegeta, Freeza, C-17 und C-18, waren schlussendlich die, die am längsten durchgehalten haben. Also sind wir hier, Teamwork war einfach für den Arsch. Natürlich kann man sagen, dass sich die Kämpfer jetzt länger gehalten haben, weil sie halt schwächer sind, wie Grelin, Tenshner und Munroshi, aber würde ich jetzt nicht so krass als Fakt hier ansehen, wie ich finde. Also darüber hinaus haben wir fast gar keine entscheidenden Teammomente von Universum 7. Auch wenn der Kampf von Piccolo und Goan, wie gesagt, zusammen echt schön gewesen ist, war es einfach kein großartiger Moment. Also Teamwork fiel hier raus. Großartige Anführer-Action brachte es von Goan auch nicht wirklich, weil er war teilweise echt überfordert, sein Team anzuführen. Und wie sah das Ganze kräftetechnisch aus? Goan hatte Botamo, Opni, Saunel, Pirina und Dyspo rausgehauen. Man kann auch sagen, dass er Anirasa rausgehauen hat, je nachdem, wie man das zählen möchte. So, Opni und Saunel und Pirina waren Universen-Chaos. Also hatte Goan die letzte rausgehauen und damit Universum 10 und Universum 6 ausgelöscht. Also im Prinzip eine sehr, sehr starke Leistung. Ich habe von Goan mehr erwartet. Das ist meine ehrliche Meinung zu diesem Auftritt. Ich habe von Saun Goan mehr erwartet. Dass Goan in den Ultramans fliegt oder so erreicht, war eine Sache, die außer Frage stand. Das wollte keiner von uns, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Auch wenn diese Goan-Blanko-Theorien ganz, ganz groß waren. Im Endeffekt wollten wir eigentlich nicht diesen Moment haben. Und der Kampf gegen Toppo war etwas, was ich zeitweilig mir sehr stark gewünscht habe. Und ja, Toppo stellt sich als viel, viel stärker raus, als ich gedacht habe. Und damit war der Kampf eigentlich unmöglich, weil Hakai'sche Toppo gegen Goan ist so ein Kampf, den man nicht hätte machen können. Aber den Toppo davor, da hätte ich mir auf jeden Fall das Ganze gewünscht, dass man vielleicht Goan da gewinnen lassen würde. Oder dass Goan diesen Kampf gewinnt. Einmal auf der Seite, dass es halt stärketechnisch so ist, dass er auf jeden Fall rangekommen ist. Aber vom Storytelling her, hat man auch machen können, dass er in der Gruppe Toppo besiegt. Stell dir mal vor, die Gruppe von Goan, Piccolo, Krellin, Tenshinhan und Bunuroshi würde sich Hakai'schen Toppo stellen. Und die würden es dann schaffen, durch reine Strategie Toppo raushauen. Klar kann man jetzt hier sagen, hey, würde es Sinn machen, dass sie einen Gegner raushauen, der auf Hakai'schen Level ist. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, wenn Goan einen krassen Stärkeboost bekommen würde und ein bisschen stärker wäre, als wir ihn gesehen haben, fände ich das eigentlich sehr, sehr passend. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es auf jeden Fall viele andere Meinungen sind. Keine Frage. Und ich möchte auch hier sagen, dass ich im Endeffekt den Kampf Vegeta gegen Toppo sehr, sehr genossen habe. Deswegen wäre das auch schade für Vegeta gewesen. Aber man hätte Vegeta gegen Hit machen können, im Prinzip muss man hier sagen. Deswegen haben wir das auch nochmal hier an dieser Stelle. Aber die Sache ist einfach die, dass Vegeta einfach der sein musste, der das God-Level einfach zuerst bricht, wie ich finde. Und was ich gemacht hätte, wäre, dass Goku und Jiren sich gegenseitig raushauen und Goan dann den Kampf gegen Toppo durch Strategie gewinnt. Aber das Ding ist, Dragon Ball und gerade Dragon Ball Super ist keine Goan-Geschichte, sondern eine Goku-Geschichte. Deswegen ist das eigentlich außer Frage gewesen und einfach nur mein normales Fan-Denken gewesen. Im Betracht dieses Faktes muss ich sagen, ja, ich habe mir definitiv mehr gewünscht. Einen richtig starken Kampf, zum Beispiel, wenn die Namekärner sich nochmal versündet hätten, also die beiden, Saunal und Pirina, und Goans Song getriggert worden wäre durch Piccolo. Das wäre eine Idee gewesen, die ich echt gefeiert hätte oder sogar die quasi Halbgott-Form, wenn man so möchte, von Future Trunks wäre bei Goan auch ziemlich passend gewesen, wie ich finde. Und das ist auch das Ding gewesen, glaube ich. Bei Goan hatte man einfach sehr, sehr hohe Erwartungen. Die Erwartungen der Fans waren wirklich sehr, sehr, sehr groß. Deswegen würde ich auch sagen, dass die Enttäuschung und die Unzufriedenheit bei uns einfach doppelt so groß ist, weil die Erwartung einfach so groß war. Aber trotz dessen möchte ich einfach nicht Goan stumpf runterreden, weil ich finde, dass das dieser Charakter nicht verdient hat und man sollte hier auch eigentlich die Fakten betrachten. Goan hat in einer verdammt kurzen Zeit wieder zurückgefunden zum Kampfsport und er schaffte es sogar, seine Arroganz abzulegen. Und gehen wir mal das wirklich mal durch, das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Und zwar, als Super Saiyan 2 war er ultra arrogant und hat gegen Cell gespielt und damit hätte er fast die ganze Erde abgefuckt. Damit wäre fast alles kaputt gegangen, aber sein Vater ist nochmal zur Tat geschnitten. Das Ding ist einfach, dass da seine Arroganz schon sehr, sehr groß war. Gegen Boo war es das Gleiche. Er war wieder arrogant. Und diese Arroganz abzulegen, ist eigentlich schon hier ein wenig ein Limitbrecher. Klar, ich weiß, wenn Vegeta und Goku sich verändern von der Form her, ist es natürlich viel epischer. Aber rein von der mentalen, menschlichen Basis her, ist es wirklich stark, dass Son Goan, einer der für Jahre ein Gelehrter war, so schnell in den Kampfsport zurückgefunden hat und seine Arroganz ablegen konnte. Ja, das ist bei Goan auf jeden Fall eine Sache, die man nicht vergessen sollte. Er hat auch verstanden, auch wenn sein Vater da ist, muss er selbst stärker werden, um seine Familie zu beschützen. Deswegen musste Son Goan teilweise doppelt so hart arbeiten. Eventuell hat auch er Goku stückweise zum Ultrancing verholfen. Er sagte schließlich, dass er das nächste Level auf seine eigene Art und Weise erreichen möchte. Goku nahm sich den Satz zu Herzen und wer weiß, was in Gokus Kopf vorgeht, eventuell war sogar dieser Satz von Goan ein ausschlaggebender Grund für Goku, dass er halt hier diese Form erreichen konnte. Aber das ist nur Interpretation von mir. Der Kampf Goku gegen Goan war auch ein Kampf, wo Son Goan seinen Vater als Kämpfer darum gebeten hat, alles zu geben. Er hat gesagt, gib mir alles, was du hast. Schone mich nicht. Ich möchte mich selbst beweisen. Und Goku hat diesen Respekt, nicht von seinem Sohn, sondern von Son Goan, sehr stark respektiert. Und deswegen denke ich, auch weil wir später gesehen haben, wie die 20-fache Blue Kaioken eingesetzt worden ist, dass Son Goku gegen Goan die 20-fache Blue Kaioken eingesetzt hat. Und das hat Vegeta gespürt. Vegeta hat gespürt, was Goku getan hat, wie stark er geworden ist. Und aus diesem Grund hat Vegeta Ambitionen gefasst und ist deswegen in den Raum von Geist und Zeit gegangen. Deswegen, das sollte man auch nicht vergessen, dass durch Goans Kampf Vegeta nochmal selbst sein Limit gesprengt hat. Das ist auch nochmal so eine Sache, die man nicht vergessen sollte. Es bleibt der Fakt, dass Son Goan in einer kurzen Zeit wieder in Stärke gewonnen hat und er zwei Universen ausgelöscht hat. Als Mensch ist er weitergekommen und seine Mystikform ist auch stärker geworden. Zu sagen, dass die Rede von Vegeta über das Limitbrechen der Saiyajins nicht stimmt, ist Goan gegenüber, wie ich finde, einfach nicht fair. Ich weiß, wir alle haben uns mehr gewünscht und am Ende des Tages ist es nur ein Meme über ein Anime, aber ich finde, wir sollten alle Goan ein wenig mehr Respekt zollen für das, was er geleistet hat und Goan ist nun mal nicht Goan. Seine gesamte Grundvoraussetzung ist eben anders. Ich hätte Goan ganz anders in diesen Akpen nutzt und wie ich das gemacht hätte, werdet ihr auch früh genug erfahren. Damit tiese ich auch mein neues Format an, was nach dem Ende von Dragon Balls bekommen wird und zwar, was wäre, wenn Goan die Hauptperson nach der Salesaga geworden wäre und ihr könnt mir jetzt schon mal unter dem Hashtag Hashtag www Goan eure Vorschläge da lassen, wie ihr die Story gemacht hättet, was ihr für Ideen habt für dieses Format. Ich werde euch nochmal ein bisschen näher erläutern, eine Story machen im Videoformat, wo ich euch zeige oder wo ich euch aufweise, was ich getan hätte, wenn Goan die Hauptperson geworden wäre nach Dragon Ball Z, also nach der Salesaga, eher gesagt, von dem Punkt bis zum Ende von Dragon Ball Super möchte ich euch meine Geschichte liefern und ich möchte auch auf jeden Fall eure Fangedanken damit einbeziehen. Deswegen lasst mir das gerne in den Kommentaren da und ja, abgesehen davon nochmal zu dem Video und zwar, schreibt mir auch bitte in die Kommentare, wie steht jetzt zum Thema Goan. Seid mal wirklich ehrlich zu euch und sagt einfach nicht stumpf, ich bin enttäuscht von Goan, weil er nicht, ja, Super Saiyan Schießmethod geworden ist. Deswegen wirklich, lasst das Ganze mal auf euch wirken, lasst das mal Revue passieren und lasst dann mal eine Meinung dazu da und da könnt ihr auch gerne schreiben, dass ihr trotzdem enttäuscht seid und so weiter und so fort. Das kann ich alles verstehen. Ich möchte so einen Überblick haben, wie ihr das Ganze seht, weil ich habe lange mit diesem Video gewartet, ich muss das Ganze auch ein bisschen verdauen mit Goan, mit diesen ganzen Aufträdern, wie ich den sehe und so weiter und so fort. Deswegen lasst mir das gerne, da bin ich wirklich sehr stark daran interessiert. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, würde ich mich ebenfalls bei einem Daumen nach oben freuen und dann auf den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich bin damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein!